ja hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge russian fishing 4 im underwater frank wir machen jetzt den anfänger guide weiter teil 5 am langen graben ich habe mir noch nicht die karte gekauft ich muss mir unbedingt mal die karte kaufen also ich bin jetzt hier vom dorf hier ist das dorf einfach hier runter gerannt 86 von der drei aber jetzt hier meine startstippe genommen ist ja alten udssl schon da muss ich wahrscheinlich noch mal eine andere schnur aufmachen hier die ist ein bisschen zu schwach können wir gleich mal wechseln hier haben wir mal ist 3,1 auch 3,1 hatte ich nicht noch ein 3,9 hier habe ich noch ein 3,9 und wird die mal dafür 3,9 kilogramm und dann halt ja ganz normal pose drauf 16er haken ist glaube ich auch so ein ganz anfänger haken ab und zu rutscht auch mal was vom haken runter und zuckmückenlarbe zuckmückenlarbe könnt ihr ganz normal im shop kaufen und dann hier einfach so an spitze an die spitze der insel werfen ganz flach 17 cm wie gesagt mit zuckmückenlarbe dann haut einfach hier ein bisschen mehr raus dass er ein bisschen treibt und dann einfach treibt angeln also ich mache gerade richtig gut xp damit läuft echt super da kommt schon der nächste fisch und da habe ich auch gerade schon hier in 1,1 kilo barsch rotaugen hatte ich da jetzt schon drauf also das läuft auf jeden fall gibt auch gut xp ich denke auch mal wenn da eine gute hasel drauf ist dann gibt das auch richtig gut xp das könnte auch wieder ein karpfen sein hier schade ist nicht gehakt wie gesagt das liegt manchmal auch an dem an dem haken selbst da kann ich euch nachher auch noch mal zeigen welche haken denn schon ein bisschen besser sind von der qualität da müsst ihr halt immer auf die sterne achten nach schade könnt ihr auch made nehmen als kühler geht auch habe ich auch schon die rekorde gesehen mit hasel das made auch gut geht der graupenbrei können wir noch nicht herstellen ansonsten hätte man auch ein bisschen per graupe aber regenwurm geht auch also ihr könnt ihr auch ganz normal mit regenwurm angeln dann am besten halt immer anschlagen während er runter zieht oder während er weg zieht und jetzt noch mal was beißt hier also eine hasel hatte schon gefangen die habe ich jetzt aber die hatte halt keinen haken die hatte ich jetzt nicht mitgenommen und da noch mal was kommt raus hier dazu wird auch nichts dran einfach hier ein bisschen mehr prozent weil er wirft leider noch nicht so weit und einfach erstmal mit der stüppe hier ein bisschen angeln da treibt schon wieder was da könnte schade hat kurz ja also die haken sind wirklich nicht so doll vielleicht dann wirklich mal später mal einen besseren haken investieren und gleich mal gucken was wir da noch für haken holen können ja hakt so gut wie gar nichts wir holen uns mal einen besseren haken hier das geht so nicht die haken wirklich ja vorhin ging es aber waren auch viele ich dann hoch gehoben habe die dann ins wasser gefallen sind wir können mal gucken wir vielleicht in einem quest können wir glaube ich noch nicht abgeben vielleicht für den barsch da müssen fünf stück abgeben die quest haben wir erstmal keine geben erstmal ab der barsch bringt hier drei silber rote augen hier dann gucken mal was jetzt ein besserer haken kostet einfach mal schauen so klassischer haken und dann würde ich hier sonst simmons happyhook nehmen die sind erst ab level 8 dann müssen wir noch ein bisschen warten hier würde ich vielleicht jetzt am anfang noch nicht gleich nehmen dann würde ich lieber auf einen simmons happyhook warten gut dann müssen wir da schon mal bescheid also bis level 8 müssen wir auf jeden fall durchhalten mit den haken ich meine die anderen hacken ich hatte früher auch mal diesen chk aber so doll sind die nicht also von der qualität her auch nicht so toll wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter hier werden hier schon noch ein paar fische haken also die aus also die wurfweite hängt auch damit zusammen was das jetzt für eine route ist und wie viel meter die auch ist das ist jetzt eine 4,8 meter stippe und ich habe jetzt ja halt die stippe auch gar nicht geskillt weil ich denke mal wenn man die skillen würde können gleich mal schauen dann dürfte man auch noch ein bisschen weiter aber das ist krass mal gerade pose genau hiermit könnte man wurfweite wurfgenauigkeit und fischkontrolle könnte man erhöhen aber wichtig sind jetzt erstmal dass wir hier einen besseren haken kriegen hier hakt ja gar nichts ja gar nicht so einfach hier am anfang zu stippen das ist ja krass das gar nicht mehr so in erinnerung so schlecht haken und können einfach mal warten bis er ein bisschen mehr weg zieht das der hakt ja gar nichts ist ja unglaublich die haken sind richtig schlecht hier richtig krass wenn die weg ziehen dann ist ja eigentlich schon gehakt aber er rutscht trotzdem runter hier ne das ist krass ja das habe ich mit denen mit den happy hook nie so so gehabt also deutlich besser gehakt ich weiß glaube ich wieder nix hier oder man könnte jetzt noch weiter treiben lassen aber vorhin ist ja auch einfach so durchgetrieben hat auch nichts gebissen noch mal probieren also fische sind auf jeden fall da das gibt es nicht wir holen uns jetzt noch mal einen haken das ist ja unglaublich also die haken alter schwede die sind mal ein kramp das so dann holen wir uns jetzt mal die besten haken die es gibt ist ja unglaublich so dann gucken wir noch mal haken welche nehmen wir denn sind die hier schon die hier würden schon gehen die haben zwei sterne haben die die haben nur anderthalb sterne und die chk 3 0 dann klein hier die nur bis 16 die nur bis 16 dann gehen die die haben auch zwei sterne bis 18 dann nehmen wir die mal oder jetzt war ein bisschen anders gebogen wir jetzt einfach mal 18 erhaken wie viel wie viel haben eigentlich die 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 anderen hier haben die haben einen stern einstellen taugt schon mal nix hier und probieren wir das nochmal und ich glaube die happyhook die sind schon besser die haben glaube ich dann nachher schon fast drei sterne oder so oder zweieinhalb drei jetzt bin ich mal gespannt ob die jetzt besser haken sollten sie auf jeden fall und vielleicht noch ein bisschen weiter auswerfen oder kommt was auch nicht läuft weiter hier das läuft ja und der hase kann man eigentlich echt gut geld verdienen das wollte ich euch unbedingt mal zeigen vielleicht stellen wir die vorfahren und aber kann eigentlich damit zu tun haben dass das vorfahren zu kurz ist oder so dann kann das jetzt eigentlich nicht liegen das ist das ist hammerhart das ging so gut los hier jetzt jetzt haben wir ein fisch ein gründling na siehst du wenigstens mal wenigstens mal ein fisch hier und level 8 dann auf jeden fall ein schöner barsch der will achten müssen auf jeden fall denn die happyhooks kaufen wenn wir auch fürs grundangenehm deswegen ist alles uns gut wie gesagt normalerweise braucht die pose eigentlich nur nach unten gezogen werden oder halt so wie jetzt weggezogen werden und dann dann hakt er eigentlich auch mir erstmal die barsche aber ihr seht schon die barsche die geben auch gut xp gründlinge gaben jetzt ja auch mit haken und jetzt 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 müssen wir echt mal eine hase fangen müssen unbedingt eine hase fangen mal jetzt wo er so quer steht könnte man direkt anschlagen eigentlich aber aber der hakt dann immer nicht warte mal bis er weg zieht jetzt auf jeden fall schon was dran hier hat er ist gehackt jetzt kommt eine hase aber leider zu klein leider kein haken aber das war schon mal die hase die ich meinte und wenn die einen haken haben dann geben die richtig schön geld schon und auf jeden fall gut geld mit verdienen gerade am anfang ist ja ja eigentlich ist silber immer das wichtigste aber am anfang ist halt extrem wichtig dann guck mal dass das silber wichtiger ist als die xp ja normalerweise könnte man jetzt anschlagen aber ich traue mich schon wieder nicht jetzt zieht der runter jetzt haben wir ihn gehackt was ist das ach nochmal ein gründling sehr schön kann natürlich auch da aber stippe habe ich ja auf meinem hauptaccount auch nicht geskillt ich habe halt aber kann auch schon daran liegen mit den prozenten wenn man bei den prozenten halt weiter nach oben kommt dass man dann auch dass das auch auf sich auf die fische dann auswirkt der ist auch gehackt da ist das wieder wieder zu klein schade haben wir jetzt schon irgendwas freigeschaltet mit zehn prozent solchepose kommt ab 25 brauchen unbedingt eine gute Hase wie gesagt mit meinem hauptaccount da habe ich auch mein fluoro vorfach drauf oder fluoro schnur da habe ich auch mit meinem haupte mit dem da habe ich auch mit meinem haupt die 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 Was ist da los Ja Also mein Fisch ist nicht im Kescher Das ist ja hier auf jeden Fall nicht der 40 Gramm Der war auf jeden Fall größer Der war es auf jeden Fall nicht Bei 6 Minuten ist das Ganze jetzt auch nicht her Ja schade Ist nicht im Kescher gelandet Das ist natürlich echt bitter War aber auch irgendwie jetzt ein Ich weiß auch nicht ob das ein Steam Problem war Ganz komisch Ich musste meinen Steam auf jeden Fall auch neu starten War echt merkwürdig Ja Naja so ist das Jetzt kommt noch mal was glaube ich Oh da haben wir noch mal ein Grundling Siehste der hat schon 54 Und der andere war deutlich größer Also das ist auf jeden Fall nicht der Fisch im Kescher Das ist er auf jeden Fall nicht Wir gucken dass wir wenigstens noch das Level abmachen Und vielleicht noch eine Hase fangen Aber jetzt hacken sich die Fische auf jeden Fall schon mal besser Wenn man jetzt mal hier in Rekorde guckt Stipp Rekorde Wöchentliche Denn bei Hasel Regenwurm ist auch Zuckmücke Regenwurm ist mit drin Okay Und in den Deutschen da stand auch Made noch mit drin Wenige gehakt kriegen Doppelt Oh ja Oh ja Da kommt noch mal eine Hase Glaube ich Ah wieder kein Haken Schade Ich nehme sie aber trotzdem mal mit Vielleicht gibt es da eine Quest Hm Was wollte ich jetzt Wenn eine Hase Eigentlich fangen wir eine Hase Also eigentlich geht es ja War jetzt noch keine große Aber Ein bisschen fangen tun wir sie ja schon Wie gesagt ansonsten halt auf Regenwurm umsteigen Oder Made Aber mit Made müsst ihr halt aufpassen Da gibt es halt auch die Döbel Äh Die sind natürlich dann schon Die mal ein, zwei Kilo haben Die auch bei Stippe Das ist natürlich dann Ja Eine halbe Katastrophe dann Ach schade Da war ein guter dran Da war ein guter dran Ist ja wieder abgefallen Musst auf jeden Fall mit Level 8 Dann die Happy Hooks kaufen Mal gucken ob wir vielleicht schon Die goldenen kriegen Die sind aber ein bisschen teurer noch Kann nicht sein ne Ich dachte mit Z könnt ihr auch nochmal ranzoomen Ich glaube das war nämlich eben auch wieder ein Gründling Der sah schon so dunkel aus Ja doch Pose habt ihr auch die meiste XP Ne Also ähm Pose gibt die meiste XP Spinning gibt halt äh Am zweitbesten Und Grundangeln am drittbesten So ist das halt aufgebaut Weil Posenangeln halt Wird hier so als Schwerstes eingestuft Von den Von den Angelarten Jetzt kommt auch nix mehr ne Wir gleich am Ende hier Verzuggelt auch nix mehr Und schon was Oh der ist gehakt Oh das ist ein Rotauge ne Ach schade Aber dann nehmen wir trotzdem mal mit So ne 99 Gramm Hasel Die wär jetzt super gewesen Aber ich nehm gleich sonst auch nochmal Regenbohm Vielleicht geht das mit Regenbohm ein bisschen besser Können das ja mal testen Mal einfach mal den Köder wechseln Aber so seht ihr schon mal Was jetzt hier An der Stelle auf Zuckmücke geht Das ist auch glaube ich Haben wir hier So das ist auch ein Rotauge ne Ach schade So dann nehmen wir mal hier mal Regenbohm rauf Wie gesagt Regenbohm hatte ich mir jetzt geholt vom Waldsee Mit dem Posen Set Ne Wenn ihr da an die Hütte geht Einfach das Posen Set holen Dann kriegt ihr nochmal 50 Regenbohm Könnt ihr halt einmal pro Stunde machen Und ihr könnt immer nur ein Set nehmen Entweder das Binset oder das Posen Set Und nur beim Posen Set sind halt die Regenbohm herbei Gucken wir mal was jetzt hier auf Regenbohm geht Oh 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 Am Barsch Schade Aber er bringt XP und wir steigen gleich auf Also Level 8 machen wir heute auf jeden Fall noch hier Das machen wir auf jeden Fall noch Und ihr seht ja die Bestrequenz ist echt gut Oha ist ja das denn Nochmal ein Barsch Die Barsche die ziehen dann immer sofort weg Und zwar ein Barsch glaube ich Egal nehmen wir mit Hat zwar jetzt noch keinen Haken Und in der letzten Folge standen wir da drüben am anderen Ufer Wo wir da noch an dem Seitenarm waren Und dann Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben gerade Krüderbeschaffung. Hier glaube ich, ist ab 20 erst. Ja, ab 20. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, Schöpfkelle hat auch vorhin gerade jemand gefragt. Also Schöpfkelle würde ich euch nicht raten, am Anfang zu kaufen, weil die sehr, sehr teuer ist. Da geht lieber auf Ausrüstung und was ihr kaufen könnt, ist die Schaufel auf jeden Fall. Schaufel, die ist auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr einfach mal ab und zu mal, wenn ihr Energie übrig habt, ein bisschen schaufelt. Ähm, da macht man auch Prozente mit und die Schöpfkelle, die könnt ihr euch später irgendwann mal holen, wenn ihr genügend Silber dafür überhabt. Der Rahmen anfangen eh erst mal nur für die Zuckmückenlarve. Und dafür müsst ihr auch erst mal die Küderbeschaffung relativ weit oben haben. Die Schöpfkelle geht nämlich ab, äh, Zuckmücke los und das sind 45%. Also da braucht ihr euch erst mal für die Schöpfkelle überhaupt keine Gedanken machen. Der Barsch, ne? Ne. Oh, ein schönes Rotauge. Ja, nice. Kommen wir gleich Level ab. Ich glaube, ein Fisch noch. Ein Fisch noch. Jetzt könnte man nachts hier rein theoretisch auch Muscheln fangen, aber dann eher auf Grund als jetzt auf Pose und dann halt auch mit Regenbohm zum Beispiel. Aber jetzt läuft es ja schon ein bisschen besser. Aber es hängt auch immer vom Fisch ab, ne? Je nachdem, welcher Fisch beißt, lassen die sich halt leichter haken. Andere Fische lassen sich halt schwerer haken. Oh, jetzt kommt. Jawoll! Jawoll! Oh, geil! Geil! Direkt zum Ende, zum Level 8, ne? Hasel, Shadgröße, 445 XP, 107 Gramm Hasel und das wollte ich euch zeigen. Genau das wollte ich euch zeigen. So, und jetzt gehen wir die einfach mal verkaufen. Und jetzt werdet ihr gleich mal sehen, wie viel Silber die gegeben wird. Also, ja, schauen wir erst mal am Fischmarkt nach. Also, ja. So, ja. so, die Hasel ja, immerhin 5 Silber 74, ne, also wenn man das jetzt mal mit den anderen Fischen vergleicht wir otten mal nach Preis 5 Silber 74 Rote Auge bringt auch nicht schlecht, der Gründling ist auch nicht verkehrt, also Gründlinge könnte ich auch gut angeln, gut die Barsche natürlich sind ein bisschen klein so, was haben wir denn noch hier haben wir leider keine Hasequests Barsche, ah, da hätten wir jetzt noch ein paar Barsche, da werde ich auf jeden Fall gleich noch ein paar Barsche fangen, dass wir hier sich die Quests abgeben können ansonsten, ja, Muschel halt auch interessant, ne, die kann man ja nachts ganz gut fangen, gut das soll es erstmal gewesen sein und dann bis zur nächsten Folge, euer Nervorte Frank, tschüss und dann bis zur nächsten Folge, wir finden